Die zweite Fußball-Bundesliga ist eine teilweise richtig geile Liga mit richtig geilen Heimtrikots. Ich ranke heute alle von Platz 18 bis 1. Wie immer vorab, das Ganze ist natürlich nur meine Meinung. Schreib dein Ranking gerne mal unten in die Kommentare. Platz Nummer 18 haben wir das Trikot vom VfL Osnabrück und ich bin ganz ehrlich, das ist auch mit Abstand so. Ich mag die unterschiedlichen Lila-Farmen überhaupt nicht. Gegen Lila habe ich überhaupt nichts auf dem Trikot einzuwenden, das kann richtig cool aussehen. Alte Osnabrück-Trikots konnten das auch richtig gut, aber diese zwei unterschiedlichen passen meiner Meinung nach überhaupt nicht. Dann der Sponsor ist so schlecht integriert, das sieht für mich einfach nur furchtbar aus und ist mit riesen Abstand auf dem letzten Platz. Auf Platz Nummer 17 habe ich Elversberg und das finde ich einfach irgendwie komisch gestaltet. Also ich finde diese Streifen, die sind nichts Halbes, nichts Ganzes. Dieses Hilo in der Mitte als Sponsor sieht auch nicht so wirklich gelungen aus. Also da fehlt mir irgendwas. Diese Streifen sind auch einfach irgendwie ein bisschen komisch, wie ich finde. Also ich finde, das ist einfach nicht schön gestaltet und das sieht ein bisschen... Ich hätte fast gesagt, das sieht fast ein bisschen falsch aus, wenn die damit rumlaufen. Das sieht so ein bisschen komisch, nicht so richtig aus, als wenn man eigentlich noch was daran ändern müsste und das nur so ein Probeding wäre. So ist es halt nur Platz 17. Auf Platz Nummer 16 haben wir die Spielvereinigung geführt und das ist natürlich ein weißes Trikot mit so kleinen grünen Streifen. Nummer 1, ich finde es total blöd, dass die Streifen unten gleichmäßig sind und dann dieser große Platz ist. Dieser große Platz, wo dann am Ende auch noch der Hofmann als Sponsor ist, der dann auch noch zu allem Überfluss im Blau ist. Das ist ein weiß-grünes Trikot und dazu nochmal einen blauen Sponsor. Es gab mal so einen Spruch, grün und blau trägt jede Sau so ungefähr. Und das passt für mich einfach nicht auf einem Trikot zusammen. Grüne Elemente, blaue Elemente auf weißem Untergrund, das wirkt total komisch. Dann hast du eben noch da oben dann den nächsten Streifen, der von den anderen total weit entfernt ist. Dann hast du noch den Kragen in zwei unterschiedlichen grünen Tönen. Das sieht auch nur so naja aus. Also insgesamt total unförmig das Trikot, Platz 16 bei mir. Auf Platz Nummer 15 habe ich das Trikot von Paderborn und das macht wenig richtig, aber auch wenig falsch, muss man sagen. Das ist ein komplett neutrales Trikot für mich. Das ist okay, das ist einfach, das ist Standard, das ist aber einfach irgendwo auch nichts Besonderes. Da ist nicht der Punkt, wo ich sage so, wow, das sieht richtig gut aus und das sieht richtig schick aus. Das ist ein ganz einfaches Trikot und für mich eines der schlechteren Paderborn-Trikots der letzten Jahre. Auf Platz 14 habe ich dann Wiesbaden und bei Wiesbaden gilt ähnliches. Ich mag rote Trikots sehr, sehr gerne, deswegen einen Platz höher. Das sieht auch sehr edel aus, wie ich finde, das sieht schick aus. Da ist aber auch nicht wirklich was Besonderes. Da fehlt mir auch so dieser letzte Touch, wo ich sagen würde so, yo, das finde ich jetzt mega cool. Ich finde persönlich, das sieht mit der Farbe nochmal besser aus durch den Sponsor, also Britta. Diese weißen Elemente passen für mich eigentlich ganz gut da drauf. Weiß ist sowieso eigentlich immer eine gute Sache. Auch das Logo von Wiesbaden sieht darauf sehr nice aus, wie ich finde. Aber es ist halt wirklich ein total einfaches Trikot am Ende. Auf Platz Nummer 13 habe ich Hannover 96 und die haben natürlich so ein leichtes Muster im Trikot drin. Die haben dann einen Sponsor, der ist schon echt oioioioioi, also Brain House 24-7 oder wie sie ausgesprochen werden. Die sind schon sehr markant und sehr groß auf dem Trikot, was mich persönlich so ein kleines bisschen stört, was ich ein bisschen schade finde. Ich finde, das ist ein schönes Trikot. Ich finde, der Kragen ist ganz okay gerade. Sieht im Rücken, gibt es glaube ich auch nochmal einen grün-weiß oder sowas, was ich cool finde. Ist mir aber dann vielleicht auch fast ein bisschen wenig. Insgesamt ein schönes Trikot, ein gutes Trikot, aber jetzt auch nicht irgendwie mit Zug nach oben, wo ich sagen würde, das gehört nach ganz oben. Auf Platz Nummer 12 habe ich das Trikot von Kaiserslautern und das ist eigentlich ähnlich wie alle anderen zuvor relativ einfach gehalten. Wir haben ein klassisch rotes Trikot, Kaiserslautern typisch eben. Und dann haben wir die Ärmel, die etwas dunkler sind und das finde ich cool. In diesem Fall, das finde ich besser als nur bei dem Kragen, deswegen ein Platz höher. Es ist aber auch nichts Besonderes. Und dazu, wenn ich dann Allgäuer Latschenkiefer sehe, ich glaube, so heißt es, dieser Sponsor, der ist irgendwo Kult. Der ist natürlich Kult und ich finde ihn irgendwie selber fast cool, weil ich gefühlt immer Kaiserslautern damit verbinde. Aber auf der anderen Seite, der ist schon echt ein krasser Kontrast natürlich. Also dieses grün-weiß mitten auf der Brust einfach, ja, es ist okay. Okay, aber moah, weiß ich ja jetzt auch nicht. Was ich interessant finde, ist hier, dass Nike dort nicht durchgezogen hat, dass man auch diesen Bogen hat, sage ich mal. Und das finde ich verwunderlich. Ich weiß gar nicht, woran das jetzt liegt. Aber da hat man es nicht gemacht und ich finde es tut dem Trikot sehr gut. Es ist trotzdem relativ weit unten bei mir, weil mir doch einfach am Ende das Besondere fehlt. Auf Platz Nummer 11 habe ich das Trikot von St. Pauli und das ist natürlich typisch braun und hat nochmal hier einen leichten Farbakzent in der Mitte nochmal, was ich ganz schön finde. Die braunen Trikots sind natürlich Kult. Also bei den Kiezkickern ist das braune Trikot, diese Boys in Brown ist halt klassisch und das kennt man. Und das Trikot wird ja auch nie so wirklich komplett verändert. Also klar, man hat immer relativ ähnliche Trikots und die sehen gut aus. Die haben halt so ein Base Level, nenne ich mal. So würde es immer aussehen und es würde nie schlechter sein. Ich finde das aber auch jetzt nicht phänomenal und unfassbar toll. Das ist ein gutes, solides Trikot für mich hier im Mittelfeld, was ich fair finde und damit ist gut, nicht höher, aber auch nicht niedriger. Auf Platz Nummer 10 habe ich dann Hansa Rostock und Hansa Rostock hat natürlich ein typisch blaues Trikot und dann weiße Ärmel. Und was ich persönlich richtig, richtig geil finde, sind die Ärmel ganz unten, das Bündchen, dieses Rot-Weiß-Blau bzw. Blau-Weiß-Rot, je nachdem wie man drauf guckt. Das finde ich total schick. Das finde ich richtig gut. Das ist so ein kleines Detail, was das Trikot für mich ein bisschen aufwertet. Denn ich muss ehrlicherweise sagen, ich fand frühere Rostock-Trikots etwas besser. Aber das sieht immer noch gut aus. Natürlich, der Sponsor ist brutal groß auf dem Trikot. Immerhin aber in Weiß gehalten. In der Kombination mit den Ärmeln geht das noch. Insgesamt ist das ein schönes Trikot. Ich finde aber auch hier alte Trikots ein bisschen besser. Aber dieser Ärmel, dieses Bündchen da am Ärmel, das macht für mich nochmal um ein, zwei Plätze nochmal hoch zu rutschen. Auf Platz Nummer 9 und damit im Mittelfeld der Tabelle haben wir Kiel. Und Kiel hat ein Trikot, das natürlich typisch blau ist. Hat dann auch weiße Elemente wie unter anderem den Kragen, was ich sehr gut finde. Hat aber auch im Trikot immer wieder so leicht rote Elemente. Und das feiere ich. Das finde ich richtig, richtig gut. Ich mag diese leichten roten Elemente. Ich habe das Trikot jetzt schon live gesehen. Was ich live sehr schön finde, muss ich sagen. Ich mag diese Kombination aus viel Blau natürlich. Dann weiße Elemente in Form vom Kragen, natürlich im Sponsor. Auch Puma-Logo. Natürlich hat das Holstein-Kiel-Logo auch noch ein bisschen weiße Elemente. Und dann natürlich Rot. Rot da noch drin, aber nur dezent. Das bedeutet, wenn man das Trikot ansieht, man sieht es sofort. Es ist aber auch nicht ultimativ prägnant und sehr dominant. Das Dominante ist und bleibt das Blaue. Und in dieser Kombination finde ich das richtig schick. Platz 9, Graue Maus, Mittelfeld. Aber hier jetzt schon echt Trikots, wo ich sagen würde, die sehen super gut aus. Immer weiter nach oben. Auf Platz Nummer 8 haben wir dann den HSV. Und der HSV hat sich meiner Meinung nach zum letzten Mal ein bisschen verschlechtert wieder. Weil letztes Mal hatte man ja dieses schwarz-blau-weiße Trikot. Und das hat man jetzt ähnlich. Man hat eben so Streifen nach unten. Die finde ich sehr gut. Ich mag aber tatsächlich die Schulter- und Armpartie nicht ganz so gerne. Das ist dann ebenfalls hier jetzt schwarz-blau. Und ich finde, das sieht so ein bisschen halt wie das alte Trikot. Versucht man das zu machen. Aber halt jetzt ausgewichen auf die Schultern. Und man hat in der Mitte dann nur die Streifen. Das sieht immer noch richtig, richtig gut aus. Versteht mich bloß nicht falsch. Das sieht immer noch total schick aus und richtig schön. Allerdings finde ich, dass der HSV hier locker so zwei, drei Plätze runtergegangen ist. In meiner eigenen Meinung aber nur. Und jetzt immer noch ein schönes Trikot hat. Aber letzte Saison eben noch ein etwas schöneres. Auf Platz Nummer 7 habe ich Eintracht Braunschweig. Und ich weiß, als Schalke-Fan sollte ich dieses Trikot eigentlich überhaupt nicht mögen. Weil es kombiniert zwei Farben, die für mich persönlich im ersten Moment nicht zusammenpassen. Gelb und Blau. Und trotzdem finde ich dieses Trikot irgendwie phänomenal. Ich finde das so gut aussehen. Ich fand das vorher total Müll. Dann habe ich das das erste Mal wirklich auch live im Stadion gesehen und dachte mir so, mein Gott, wieso sieht das eigentlich irgendwie so gut aus? Also wirklich, irgendwie gefällt mir das total gerne. Ich finde das richtig schön. Das ist richtig gut gemacht. Das Einzige, was mich total stört, ist der Sponsor. Der Sponsor ist so richtig mies integriert. Also wirklich, das ist, boah, das geht gar nicht, finde ich. Also der Sponsor bei aller Liebe, aber der ist so schlecht darauf integriert. Aber es ist auch schwer. Bei so einem gelb-blauen Trikot, das kannst du halt auch nur sehr schwer auch machen. Da müsstest du wahrscheinlich die Linien unterbrechen. Und das ist nicht möglich eigentlich. Das würde das komplette Trikot zerstören. Deswegen das ein großer Minuspunkt ansonsten bei einem echt coolen Trikot. Auf Platz Nummer 6 haben wir den ersten FCM. Und das Trikot ist natürlich total einfach. Das ist total schlicht. Es ist nicht groß was drauf gemacht. Es ist ein weißes Trikot und hat dann blaue Akzente. Aber die sind so gut gemacht, dass ich es total geil finde. Ich finde das Trikot so unfassbar schön. Wir haben das weiße Trikot. Wir haben einen blauen Kragen. Wir haben auch hier wieder am Bändchen vom Arm jeweils ein blaues Element. Wir haben den Sponsor in blau. Wir haben das Trikot-Logo in blau-weiß natürlich. Wir haben die Beflockung vom Ausrüster in blau. Das ist so einfach, so schlicht, aber sieht trotzdem so unheimlich edel und gut aus. Ich habe das ja auch jetzt letztens erst live gesehen und habe mir echt gedacht so, so muss ein Trikot aussehen. Das sieht phänomenal, fantastisch, richtig, richtig gut aus. Auf Platz Nummer 5 habe ich die Hertha. Und die Hertha hat ein ganz, ganz großes Problem. Und das ist der Sponsor. Wenn der Sponsor nicht wäre, wäre das wahrscheinlich bei mir auf 3 oder 2. Allerdings, dieses Crazy Buzzer, dieses große Logo, das versaut das Trikot bis zu einem gewissen Maße total. Ich finde das vorher richtig schön. Und da kann ich auch mal über dieses Nike, diesen Halbkreis, den die da zum Abschluss machen, komplett drüber hinwegsehen. Denn dieses Verwaschen, diese Streifen, diese blau-weißen Streifen, die sehen total gut aus. Das sieht total schick aus. Allerdings, der Sponsor. Der Sponsor macht es so, so sehr kaputt und es ärgert mich so doll, weil das könnte richtig brutal aussehen. Doch dann kommt dieses rote Crazy Buzzer. Auf Platz Nummer 4 haben wir den KSC und der macht es eigentlich ähnlich wie Hertha BSC. Hat natürlich einen anderen Sponsor. Deswegen sieht das Ganze auch nochmal etwas anders aus. Und hat auch einen anderen Ausrüster. Dementsprechend ist das Ganze etwas einfacher gemacht. Also es sind einfach nur diese Striche nach unten, die sind nicht irgendwie ausgewaschen oder sowas. Sondern es ist ein ganz einfaches Trikot und das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Diese Streifen, ich weiß nicht warum, ihr werdet es auch gleich nochmal sehen. Die bekommen mich dieses Jahr einfach total, egal jetzt ob mal nach oben oder nach unten. Beziehungsweise nach oben oder zur Seite. Das sieht einfach schick aus. Das sieht edel aus. Wenn der KSC das trägt, finde ich das gut. Gefällt mir total gerne. Und bei mir ist es eben Platz 4. Und auf Platz 3 haben wir dann Nürnberg. Und Nürnberg hat das gleiche wie der KSC, nur in anderen Farben. Dieses Dunkelrot und Schwarz. Boah! Das sieht so brutal aus. Das sieht so, ich hätte fast gesagt gefährlich aus. Das finde ich mega. Das finde ich so, 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 so schön. Und ich hätte mir das auch richtig gut bei einer Mannschaft vorstellen können, die, Entschuldigung an alle Klubfans, die relativ weit oben in der Tabelle steht. Die dann wirklich auch um den Aufstieg mitspielt und darum kämpft. Weil das hätte vom Potenzial des Trikots her echt gepasst. Weil das Trikot schreit eigentlich eher nach 1. Liga. Der Klub, nun gut, da dürfte diese Saison wohl etwas schwieriger werden. Auf Platz 2 haben wir Düsseldorf. Und Düsseldorf hat natürlich das rot-weiß gestreifte Trikot. Diesmal allerdings nicht von oben nach unten. Nun gut. Der Sponsor. Ach, ja. Targobank ist jetzt vielleicht nicht der geilste Sponsor. Aber ich finde, man hat ihn sehr gut implementiert, muss ich sagen. Also dort, wo es eigentlich weiß ist, ist das Logo dann rot. Dort, wo es dann rot ist, ist die Schrift von Targobank eben weiß. Das finde ich, hat man gut gemacht. Ich mag halt Adidas-Logos. Ich mag halt Adidas-Trikots. Ich mag alles von Adidas, was da irgendwie rund ums Trikot geht. Die drei Streifen oben drauf, das sieht phänomenal aus. Das Trikot ist einfach ein Traum. Das Rot passt super. Das ist so ein knalliges Rot, was ich total gerne mag. Das sieht einfach nur fantastisch aus. Das Trikot ist spitze. Es gibt nur ein Trikot, was das Ganze noch übertreffen kann. Und damit haben wir Platz 1. Und das ist ehrlicherweise ein bisschen unfair, weil ich bin Fan davon. Und das ist das Trikot von Schalke 04. Aber ich finde es dieses Jahr auch wirklich fantastisch. Wir hatten in den letzten Jahren Trikots, wo ich echt gedacht habe, so, boah, letzte Saison noch. Also dieses Trikot mit dem blauen und dann dem weißen, ja, so Streifen unterm Arm, hätte ich fast gesagt, mit meinauto.de. Ach, nee, das war nicht so wirklich toll. Aber dieses Jahr, ein Traum. Die Streifen und dann kommt da Felddienst drauf. Und jeder, der Schalke-Fan ist, der wird es wissen, Felddienst Schalke, das ist halt einfach schon Ewigkeiten. Und alte Felddienst Trikots, da werden Erinnerungen wach. Und so wie das Trikot aussieht, wie das sitzt, das ist einfach wunder, wunderschön. Und ich habe das Trikot noch mit Schalke 04 drauf, weil man am Anfang keinen Sponsor hat. Und ich möchte trotzdem mir das Trikot nochmal kaufen, nur um das mit Felddienst zu haben. Das kriegst du jedoch nicht, denn es ist andauernd immer wieder ausverkauft. Du kriegst es einfach de facto immer nicht. Und das nervt mich total und ich hoffe, ich werde es noch irgendwie bekommen, weil es für mich nicht nur aussehenstechnisch fantastisch ist, sondern auch noch mit dem Sponsor. Bei einem Sponsor, überlegt mal, denkt man sich geil, deswegen will ich es haben. Platz 1 bei mir mit Abstand, aber ich bin, wie gesagt, auch dort ein bisschen jetzt involviert als Fan. Jetzt schreib mir gerne mal dein Ranking unten in die Kommentare. Ich bin total gespannt, was du sagst. Wer ist bei dir Platz 18, wer ist bei dir 1? Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao.